ich bin kein architekt also er gibt mir nicht die schuld wenn die ganze sache in sich zusammen fällt ja erforderlich ich gehe kurz ab worauf ihm gezeigt hat er will da ein stück aus der wand raus haben prinzip also ich stelle mir das sofort da war im prinzip meine tür und jemand hat im prinzip an der tür doch so ein weiches erstache gewinnen dass die was wir also einfach machen wir machen im quadrat ein hartes schmelze so zentimeter weit und dann ziehen wir einfach oder schieben wir einfach den ganzen block aus der wand das ist jetzt ungefähr so wäre jetzt mein plan ja wie gesagt definitiv wird sich eine spielrunde so nehmen sag mir was du schätzt wie viele viele hundert kubikzentimeter ich ansetzen muss also das kannst du ja beliebig wenig machen dann wird es halt mehr richtig ist kostet aufwand für raffin zum druck ok raffin ist kräftig also nehme ich das minimum von sie konnte ich muss in lc schauen ja man das ist kräftiger das wüsste aber es weiß einer weiß dass ich schaff's nicht kommt wir sind doch wir haben wir haben noch die ganzen guten woran jana sprüche und zwar das minimum sind 100 kubikzentimeter minimum sind 3,5 100 350 kubikzentimeter genau kontrollieren oder sich es steht nicht dass es nicht geht hier steht eine bestimmte menge eines harten material als und die zielobjekt ist einzelobjekt oder teil eines solchen so ich würde sagen ja wir lassen uns trotzdem zeit just in case und das kostet sowieso 7 sp wir sparen also fünf mal ein wird zu elf halbiert sich runter auf die sieben auch die sechs xverin wenn ich immer noch DatTank ist finde h h h h h h h m c d f g h 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 um sechs punkte PROFO SuperDutilienium zeichnet das erst mit Kreide an und dann nimmt er sich wir haben vermutlich lichter bei der kerze und brennt die kreide nacheinander ganz vorsichtig von von der wand ab etwas reingemischt dass die dass die sehr leicht flammbar ist und dahinter wurde gerade die asche davon von der wand fällt wird das material weich und wird blasen auch als wir das kochen jede sollte dann sieben ich habe viermal gespart also drei ich habe einen kraftfokus also zwei ja dann ziehe die nummer 7 lep ab du merkst wenn du dann mit der kreide auf aufzeichnet dass dich wohl an der kreide geschnitten hast also als würdest du als würdest du du kennst natürlich all die dämonen und selbstverständlich auch die ärzte mon es wirkt so ein bisschen so als würde jemand dagegen wirken dass du diese öffnung wieder auf bricht steht ein mächtiger zauberer steht ein moment lang da betrachtet dass das stück kann sich natürlich sehr rapide rot färbt weil es ist auch das blut auf wie sonst nichts ich habe ein problem ihr seht ihr das natürlich in der geschnitten ein kunstwerk schneidet sich nicht an kreide eben dass jemand hat sehen nennen wir es mal versiegelte komponente die hier bewirkt mit einer protektion versehen und keine geringen nämlich dass man meinen dürfte und ich vermute dämonenmeister selber hier nimmt das was für das blut danke sehr und was genau machen wir nun ich schlage vor der film dass ihr anfang zu arbeiten die erweichung des materials wird nicht ewig halten einfach drücken ok da gehen meine körperkraft um die um den rest der tür rauszudrücken ins innere dieses dings vermutlich ist es vermutlich ist es jetzt so ein zentimeter abgesagt wollte darunter aus materialweich geworden dass und sitzt jetzt auf dem boden muss das trotzdem noch die gesamtheit ist ein block schieben knirschen punkte hatte ich knirschen kannst du schieben und drückst an diese tür sicherlich zehn zentimeter nach innen bis es dann einmal klonkt auf den boden fällt und dann nach hinten kippt und ihr durch einen durchgang hineintreten könnt in eine verborgene kapelle die wände hier sind mit zarten ranken ornamenten geschmückt alles sieht elfisch aus ihnen haftet etwas an dass man sie nicht wirklich länger betrachten kann ohne kopfschmerzen zu bekommen und ihr seht einen marmorblauen podest auf dem sich eine statu eines gebieterischen elfenkönigs befindet seine hand hält eine harfe mit 13 seiten und auf seinem haupt trägt eine filigrane krone mit sieben zacken auf seiner stirn öffnet sich ein drittes auge was ist denn das denn ja ich denke ich mache meine eisernen vielen an wir haben die harfe gefunden angesichts der abgebildeten bildnisse bin ich nicht sicher ob ihr unserem elfischen freund die sache ich erzeugen sollte sieht dieser elfenkönig aus als hätte irgendjemand als wäre sein gesicht wie das von borbara hat ja du machst deinen eisernen willen an wie hoch ist deine magie resistenz vermutlich nicht genug für borbara warte dann mit eisernen wille gab zwei gab sieben ja dann 17 dann würde mal eine selbstbeherrschungs probe 20 punkte maximal sehr schwer dass sie ist dass dort kein keine statue steht sondern ein großer spiegel du hast du hast es gesehen dass diese statue dort eben stand und dann machst du machst du deinen willen an du denkst an die armenbrust wie wollte das ist die immer gesagt hat wo ist eigentlich wollte da ist eigentlich sollte mit euch gekommen sein und während du an ihm denkst und an die armenbrust da siehst du einfach diesen gewaltigen großen spiegel mit einem großen horn in der mitte ja ich hoffe ihr seht alle das gleiche was ich auch sehe richtig diese statue habe ich nicht gesehen in meiner vision nur die hafer sie muss wohl in meinem rücken gewesen sein da ist ein spiegel da ist keine statu oder es ist wie diese tür ein spiegel sagt ihr er beschreibt in mir genau wie ist der rahmen beschaffen ich würde ihn so genau beschreiben wie ich kann das sind so ein horn in der mitte so ein schiller so ein schillerndes grün so ein geschildernd grüner rahmen ja ich versuche gerade nur auszuschließen dass wir irgendwie von dem ogre spiegel stehen schillernd grün würde ich sagen riesengroß hilft magiekunde herrne das ist eine andere sagt von dem man mal gehört hat aus längst vergessen der zeit oder magiekunde probe plus 13 angemessen der monologie zählt nicht mehr dann habe ich sogar fünf über das ist kein dämon den du jemals beschworen hast weil er einzigartig ist und selbst das daimonikon schweigt sich über hinaus aber es gibt fragmente die du wohl in brabac gelesen hast dass borbrat den xarlerot beschworen hat den spiegelnden waren und dann hier vergessen oder als wächter zurückgelassen hat jede sollte durch nicht nähern denke ich die meere sollten wir alle langsam und sorgfältig rückwärts im raum verlassen wenn wir jemand ein stück kreide besorgen damit ich einen bankkreis aufziehen kann diese verdammte harfe alles zu seiner zeit aber mir macht jetzt keine falsche bewegung geordneter rückzug also nehmen wir die harfe jetzt nicht mit ja lass doch erstmal die magie aber ich komme diamante sich schieb diamantes war mit meiner hand so langsam so ganz lang ja du versuchst das vielleicht kurz und dann wenn die am an das mitläuft funktioniert das auch dann ist zu einer wand also du merkst wie rafim sich auf jeden fall so kurz umdreht zurück rafim hier ist sicherlich irgendetwas schlimmes also der magie haben schon recht du konntest du konntest auch sehen dass es wohl hinter dem spiegel gab es eine treppe nach unten da geht es wohl noch weiter warum auch immer die anderen jetzt nicht mit wollen ja also hinter dem spiegel ist eine treppe aber kann mir mal jemand sagen warum wir abhauen ja sobald wir sagen dass du dich zurück ziehst dann ziehst du dich zurück dann vorsichtig zurück ziehen und draußen sind was er wenn hier so ein kleines metallschächtig genau von dem er was so wie so ein kettenraucher der seine kippen drin hat hat er da irgendwie fünf stück verschiedenfarbige kreide und fängt auf dem boden die wild an zu zeichnen ich will euch nicht mit den details langweilen aber es gibt dämonen ihr wisst ihr sicherlich habe mir die trotz der tatsache dass auch sie natürlich nur aus primärer masse bestehen trotzdem einzigartig sind richtig und nicht nach dem bilden des beschwörers aus dem allgemeinen sammelbecken gefordert werden ich auch darüber im klaren dass ein solcher sprechen einzigartiger dämon der im grunde eine zwischenstufe zwischen der eigentlichen dämonischen entität und einer erst dämonischen darstellt er prinzipiell relativ mächtig ist ich weiß noch nicht nur ein solcher der wohl vor längerer zeit einmal sagen wir da verlustig gegangen ist den niederhöllen ist so wie ich das sehe dort eingebunden hat das zumindest ein spiegel wird von ihm jede versteht meine leichte konstellation über die sache könnte ihn wann nur könnt ihr nicht man auch vielleicht aber ich werde es gar nicht nicht versuchen auch nicht ihren bankkreis angelegt zu haben nur für den fall dass er auspricht und unseren wetzer reißen möchte ja also was ihr sagen wollte ist wir sollten uns kampfbereit machen ich werde jedenfalls nicht bitte von siegel darauf geben dass ich es schaffe einen dämon zu bannen den der dämonenmeister beschworen hat das hätte er auch einfacher sagen können aber dann würde die meine beweggründe nicht verstehen und ist es wichtig da wirkt ihr nicht unrecht haben kapital wie viel zeit haben wir nun diese frau war erstaunlich kooperativ und das hier ist wichtig von was für zeitraum sprechen wir nun haben wir mehr eine stunde oder mehr einen tag ja eine stunde fürchte ich könnten wir uns nicht magisch starren an ihm vorbeischlüpfen ihr wollt ihr euch darauf verlassen oder wollt ihr etwas im rücken haben dass ihn fängt dass darauf ankommt nicht unbedingt aber es wäre eine option nicht wahr dachte ich mir also eins nach dem anderen er lasst mich arbeiten wir mal dann bandkreis gegen gehörte idee hier das was auch immer ich werde schutzkreis zeichen er fängt sowieso er hält dass wir sowieso nicht draußen aber man kreis fängt es erst mal muss dann spiel und drin hängen so genau also nur für meine vorstellung wir sind jetzt gerade wieder in dem raum wo ich bevor ich die tür raus gedrückt habe normales im prinzip aus dem boden das zwischen der wieder wille raum und dem davor okay das gute ist wir sind immer noch hinter dem wieder willen das heißt niemand wird uns beherrlichen und wenn wir dann herausgerannt kommt fängt das vier hoffentlich in den mannkreis und wir könnten bevor es weiter laufen darf falls es läuft also unser plan ist nicht dass der bankkreis uns wirklich das viel umbringt sondern dass wir im notfall eine halbe stunde gekriegt haben wenn es dann halt die piraten draußen schlachtet genau okay respectable also weiß auch um die natur das ist ein diener von amazerot also er wird wahrscheinlich nicht kämpfen er hat eine andere funktion aber dementsprechend wird das umso schwerer ihn zu bannen beziehungsweise ihn zu täuschen das wird eben besonders kompliziert weil er aus amazerot aus dem domäne kommt wird wahrscheinlich nicht so kampfstark sein hat immer noch das amortag sehen nein nicht zufällig dabei nicht zu liebte beinahe wer werden sie eventuell auf dem großen hock kommt ab kein mehr ich glaube wir haben auch kein zart amortoxin auf einem schiff also schicksalspunkt für zart amortoxin ja sag ich sofort ja aber ich finde dass ich glaube wir haben wir haben die letzte dosis die wir hatten ins archenherz gepostet dann schicksalspunkt verbrennen kapitan ja ja ich will euch wirklich nicht wieder mit der sache an den nähren treten aber wir können dann einen solchen geeigneten kampf der mann beschweren er uns den rücken freiheit kapitan ja ich will ja nicht beherrlichen aber das war die für schwer beschissenen plan den kriegt der zustimmung dass sich nicht dieser dämon wie alle anderen auch aus töten oder ist er aus dieser sphäre verbannen so heißt das auch bei dem und er gehört zur dämonen des blenders von daher wünsche ich euch viel spaß damit etwas zu finden dass ihr töten und damit verbannen könnt in diesem fall vielleicht doch leer ein tag und nur als das irgendetwas besser macht wenn wir uns einen weiteren tag hier aufhalten wollen wir das sicher auch für akron schminia gut dann ist es nämlich die treme sobald wir in rullard ankommen auf jeden fall im fahrtüchtigen zustand was bringt euch denn dieser tag ich werde in der lage hinreichende zeichen aufzubauen wir könnten unter umstellung ein paar katzen besorgen die der sache helfen würden außerdem könnten wir eine spiegelung hinreichend studieren um sicher zu gehen dass es sich hier vielleicht nur um eine illusion handelt oder vielleicht das ding los lässt wir bald wir suchen sie zu recht scheitern sind wir soweit sicher in diesem gang abschnitt hinreichend er war seit hunderte vielleicht tausende von jahren dort wir können vernünftigerweise annehmen dass er es noch eine weile aushalten wird solange niemand etwas anfasst und ich denke einen tag in diesem gang zu verbringen ist ein vergleichsweise geringeres opfer naja wir können auf keinen fall gehen ohne das ding zu töten also entweder bleiben wir halt den tag hier sitzen oder ihre könnte ich ja währenddessen draußen vielleicht noch mal nach hafax kontakt leuten umhören lasst mir diamant ist hier ich werde ihn brauchen naja also ich würde schon darauf bestehen hier zu bleiben immerhin habe ich dem ding die tür aufgemacht außerdem ist nicht gesagt dass wir wieder hierher zurückfinden oder nun dass uns die in anführungszeichen burgherren keine probleme bereitet ich glaube wenn dieses ding rauskommen wollen würde dann hätte es das schon getan so viele von dämonen verstanden ab von seppentilio und berichtige mich falls das falsch ist aber sie sind doch an ihren befehl gebunden sind sie in der tat das problem ist dass wir den befehl nicht erahnen können und ich erwidere noch einmal dass es sich hier um den dämonenmeister handelt die vorhandenen fehler eine durchaus komplexe schachtelung mehrere ineinandergreifenden sein könnten vielleicht wird mir das maus finden herausfinden was der auslöser eventuell für diesen dämonen hervorragend geht vor und nennt die analyse vor das würde ich ja machen naja habt ihr was dagegen wenn ich euch begleite nur falls ihr das überhaupt nicht wunderbar mit diesen worten würde ich meine waffe vom rücken ziehen ich würde mal wieder diesen raum vorgehen bis ich diesen elfenkönig sehe ja genau also es ist quasi du hast schon davon gehört dass sich borbara wohl auch in verschiedenen zeitaltern in verschiedenen rassen versteckt hat das ist jetzt wohl der elfische borbara warum auch immer jetzt und hier und mit drei augen du kannst deine sechs finger erkennen die 13 zackige harfe und die die krone die krone was ich denn noch so im raum sonst nichts keine trippe ging gar nicht mal es ist ein tempel für diesen für diesen ein ja es ist eine kammer es ist ein tempel und die kaputt hätte dann diese rüge ist dann würde ich erstmal analyse wirken wohlwissen ich mache kein oder nach wo um den tickler durch effekt nicht auszulesen im schlimmsten fall das passt die der analyse ja nicht es war seltsamerweise dann in die box fotos ich bin bezahlt gar nicht seltsam gar nicht seltsam der analyse in die box habe ich das gefühl dass sich irgendwas verändert während ich mir das angucke oder ist einfach weiter in der spiegel und jetzt hast du den nicht in die box geworfen deswegen sag ich ja ich mach nochmal du hast du hast nicht das gefühl dass sich der spiegel verändert ja doch die oberfläche kreuzelt sich vielleicht so ein bisschen als ob sie auf habe mir reagieren würde und du hörst so ein leises flüstern am rande deines geistes als würde der dämon gerne mit ihr kontakt aufnehmen aber der eiserne wille verhindert ist ich habe jetzt den box du versuchst die matrix aufzuziehen hast dich nicht auf diesen ort eingestimmt und siehst dann wohl auch dass die matrix von dem podest sie 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 wird zugehalten du musst dich wirklich dagegen stemmen also irgendwie wirkt ein hellsicht zauberte gegen gegen eine präsenz gegen ein trugwerk und dann kannst du den du betrachtest noch einmal diesen elfenkönig vor dir und siehst dann aber auch wie ihre film den spiegel vor dir mit seinem horn und diesen grün schillernden chitin artigen rändern wieder hörst du die oberfläche wie sie zu ihr wispert und raschelt ihr habe mir eine ganz ehrliche einschätzung wenn ich jetzt meinen korps geweihte schwert nehme und so doll ich kann in diesen spiegel schlage schlecht oder gut für uns was für ein spiegel er denn da vorne ich sehe nur diese statuen ja da ist ein spiegel glaubt wäre du sie also jetzt durch den anderen das ist ja okay also irgendwas hat sich dagegen gestemmt aber dann analys war gut genug um das zu durchdringen es könnte helfen es könnte war die sache auslösen so oder so es spart uns einen tag wollen wir mal und sagen vielleicht sollten wir vielleicht in zeit lassen müssen sein band kreis fertig gemacht und dann werft ihr schwert in diese spiegel schlagen nicht werfen ist ja keine wurfwaffe dann schlagen wenn ihr euch traut naja da macht euch keine sorgen dann setze ich mich mal neben sepenteo während er malt das dauert 40 minuten es sei denn ihr wollt wirklich den ganzen tag hier verbringen damit ich zeichnen kann eure wahl ich glaube trafims geduld reicht dafür nicht aus meiner auch nicht also es kommt darauf an wenn zulamin sich da hinstellt und sagt wir warten jetzt einen tag dann hätte rafim da zwar keinen bock drauf aber wird es halt machen also wollen wir jetzt hier warten oder nicht wenn du bereit bist das risiko einzugehen dann machen wir uns kampfbereit sobald serpentilios kreis fertig ist die beide mich ja schon ich behalte mich ja schon ist denn unbedingt sein muss ich empfehle trotzdem dass wir den einen tag zeit nehmen eine integra vorbereitet und uns entsprechen absichern wir machen die feldversion vom band kreis gegen gehörte der hat immer noch eine komplexität von acht was ziemlich fies ist deswegen würfeln wir jetzt erstmal jetzt kurz einmal ein zeichenprobe dann kostet irgendwie erschwert weil der untergrund nicht so ich weiß nicht wie ist der boden denn ist der gefließe fließt da blauer marmor das ist alles marmor relativ glatz das klingt sogar schon drei jahre schwer dass du jeden untergrund ok drei und drei kann ich leben und dann halt plus acht wie die kommt also bei 11 gegen die 15 das könnte das reicht mir also reicht mir und jetzt ich mache es auf zauber zeichnen so ich es verstehe ist die aktivierung ist nämlich nicht erschwert von daher sobald er die gezeichnung hast zwei drittel der zeit werden das war ich alle weiter nach hinten aus dem raum scheuchten und sich nach innen immer weiter wiederholen das muster in diesen in diesem durchgang zeichnet spricht er dann im grunde einen relativ normalen zauber drüber und aktiviert dann mit dem kreis das ist eine einfache probe auf meine virtuellkenntnis hier aber mit was aus dem kopf was in der attribute für wird er kann das ich habe skyline ff danke vertikal 17 mal runter in ff mir fehlen zwei punkte ich also 13 wir haben ein zirkelstärke von 13 17 die wird halbiert auf 4 habe ich zwei heftige machte jemand von sieben und dann tritt er einen schritt zurück er legt sich noch flach auf dem boden und pustet also einmal einmal in rändern ein bisschen kreide weg oder dann legt er sich noch einen daumen an und tupften wenig an den seiten damit alle linien gerade sind so das einzige worauf jetzt nach achten müsst ist unter keinen umständen und auf absolut keinen fall hinzutreten ja ich weise dir mal das daraufhin also der magie kunde probe ja ich könnte aber du machst es nicht als ich angefangen habe war habe ich dann ja man was den schicksalspunkt das ist ein schicksalspunkt aus dem schicksalspunkt von nächster runde warum den schicksalpunkt dieser runde habe ich nicht ausgegeben okay dann dann wird es eventuell daran gedacht haben diesen kreis gegen mazarat auszulegen denn das macht ihn tatsächlich auch effektiver effektivität war halt eigentlich total wurscht weil er hätte sowieso nicht lange gedacht also fand ich gewesen wenn ich da nicht dran gedacht hätte und dann irgendeiner gesagt hatte moment war die man das nicht gehört und hinterher sind wir schon extrem sind ich jetzt vor allem nicht gesagt weil ich es nicht auf dem schirm habe ich hab jetzt auch nicht gewusst naja dann gehen wir jetzt da rein und ich schlag diesen schwiegel kaputt und dann gucken wir was passiert ich möchte noch einmal vor dem protest anmelden jeder sollte uns wahrhaftig weiter absichern kapitan jahre werde ich weiß ihr habt recht aber das ritual ja natürlich natürlich ich verstehe euch ich habe aus dem mann gelenk fertig ist es aber mir wollte jede uns die er bei sondern gar die haben aufzuspannen dann soll ich natürlich in der hand gesehen ich habe mich 24 arzt wie gekostet darüber reden sehr gut wie viel regeneriert du nach meiner nacht ich weiß 20 60 ach ja ach ja danke danke ich übrigens drei 80 24 56 56 wenn ihr den raum wieder betreten werdet ihr nichts daran sehen gar nichts keine treppe kein protest kein spiegel naja ich befürchte dass fiat bemerkt was wir machen es ist wirklich es ist möglich dass die einbringungen der aktiven matrix des gardian und zauber ist eine kontingenz ausgelöst hat auch ich dachte das wäre dann hätte ein handwerk daran hätten wir denken aber mir hätten wir denken müssen aber mir ich gebe zu euch war etwas besorgt haben den dämon also ich hatte erkenntungsmechanismen wir werden sehen was passiert wie denn wo sollen wir denn hin wo war denn die treppe ich würde auf jeden fall meinen eisernen will nochmal machen weil ich glaube der ist ja immer wieder aus also eine stunde hält der glaube ich nicht nein du kannst ihn aktiv anlassen du musst konzentration darauf verwenden und hast dann irgendwie einen punkt erschweren ist oder so auf sachen die du tust okay aber wenn ich halt nichts zuhören ist ja nicht kein problem es gibt keine treppe kein podest es gibt gar nichts in diesem raum es ist einfach nur ein leerer raum aber wo war die treppe du hast die treppe gar nicht gesehen rafim hat sie in der mitte hinter dem spiegel gesehen ich nehme jetzt mal mein gorgeweite schwert und versuche einfach mal dahin zu gehen wo ich die treppe gesehen habe ihre werde ich jetzt nicht versuchen auf den boden einzuschlagen oder oder ihr könnt nicht besser als ich dachte und genau das würde auch tun du schlägst zu und dann gibt es das geräusch von 100 zerbrechenden spiegeln sie schreien in eurem kopf und dann ist dort ein zerbrochener spiegel und eine kaputte treppe beziehungsweise die treppe könnte wieder erkennen die unsichtbarkeit löst sich und die die halluzinationen die zauber die über diesen ort geworben worden sind ihr seht die treppe und den zerstörten spiegel schreien in euren ohren ist immer noch ohren betäubend war es doch noch verdammt was ist das für ein geräusch wir hätten jetzt tausend jahre pech aber das wird uns wahrscheinlich kümmern dieser art dieser aberglauben gut dass wir können das immer noch dabei haben in brabac tut man das immer in einer mazarat der man beschweren möchte ja auch niemand nach brabac nun er würde gewöhnlich würde man auch jemanden mit ein wenig mehr fein gefühl dass euch darauf verlassen damit die scherben schön gleichmäßig bleiben denn die meisten von denen jede würde ich um nicht mal mit der knackzange anfassen dann meine beschwertung anzufangen ich habe mal gesagt jetzt ist das noch da dann ja ich hab das auch mal ja dann lass uns gehen damit wir hier raus können ja ich fange an die treppe runter zu gehen ich bleibe hinter ihm bald egal die anderen gut ja immer noch dass du sie in dem und gesagt aber nur war klar ich habe so geht ihr die treppe nach unten